Es ist ein Traum, der verplatzt. Es ist ein Einschnitt im Leben, wo man das Gefühl hat, wieso ich? Das kann doch einfach nicht sein. Das habe ich in mir drin, das Verbissenen. Man will das, was man anpackt, richtig machen und auch erfolgreich sein. Und darum sehe ich jetzt, wo ich lange Zeit nicht gesehen habe. Jetzt kann ich auch im Job Erfolg haben, plus gleichzeitig auf einem sehr schönen Niveau Fussball spielen. Und das macht mich jetzt, als ich da bin, wirklich sehr glücklich. Ich war überhaupt noch nervös oder so. Ich habe nur kurz überlegt, okay, jetzt mache ich doch noch ein Debut. Ich konnte es kurz nicht so glauben, dass ich jetzt doch reinkomme, weil es ist halt nicht einfach so ein Spiel. Es ist ja wirklich das erste Mal, wo du im Profi-Fussball ein Spiel machst. wieder Mariani. Sehr guter Abschluss von Mariani. Der auffälligste bislang im Dress des FCZ ist der junge Davide Mariani. Ich bin ruhig. Also, ich bin schon von der lenen Seite. Ich bin es nicht klar. Sie sind zu haben. Ich bin es nicht klar, ich bin es nicht klar. Ich bin es zu haben. Ich bin es nicht klar. Ich bin es nicht klar. Ich bin auch nicht klar.